Es gibt Neuigkeiten aus dem Grönbohnenland. Das Hannes-Flessner-Revival Demalmöllen-Dreizug Wir sind hier in Jäfer beim Pferdekarussell von Hans-Dieter Kruse. Hans-Dieter Kruse Man will nicht, was er nicht will, da denkt, das will ich doch nicht. Demalmöllen-Dreizug Ja, das ist ja ein von den Schrank-Songs von Hannes-Flessner, die so ein bisschen gesellschaftskritisch sind. Darin prangt er ja Lü an, die so viele Linsch auf viele Leinsch sind, also die Falschspölen und lauter Löwen und Beträgen wiederkommen. Streben hätte die Texte all Anfang von 60 Jahren auf Hochdeutsch ohne sie Pseudonym Peter Buche kamen. Er hätte ja auch viele Schlagetexte für alle Interpreten geschrieben. Junge, halt die Ohren steif, so hätte sie das Lied damals und wo er sung von Walter Scherau, von unsurte Orte. Und in den Originalentwurf von Pferdekarus, von diesem Text, hätte ich das ohne annem. Das Leben ist ein Rummelplatz, der Glanz, der ist nicht echt und wer am lautesten schreien kann, dem gibt man meistens recht. Tja, aber sind die Texte, die Walter Scherau in der Hand sungen hat, sind diese und noch ein paar andere kritische Passagen verschwunden. Die sind einfach strecken worden. Das was wollen spielke Ton direkt und Ton gesellschaftskritisch für die Dombote getiebt. Diese kritische Zeilen, die tauchen dann aber nach der Hand nochmal wer ob, den annenschlage Text fand Peter Buchenkamp, den wohl auch wer sung von unserem Original, nämlich Henry Wahl. Aber da haben sie den hell annenen Refrain genommen, die das hell wer entschärft hat. Da hält es halt nämlich, ohne Kummer, ohne Sorgen ist kein Mensch auf dieser großen, weiten Welt. Es kann sein, vielleicht schon morgen, dass ein Sonnenstrahl des Glücks auf dich herniederfällt. Und das passt dann wer. Die Maimel in Dreizug und Dreizug und Dreizug und wie ein Mietnane, wie drei in uns mit. Das Leben des Männichmollnenners Maimel und wesentlich mit drei kummlich verlobt. Bis zum nächsten Mal!